jo freunde was geht herzlich willkommen zu einem weiteren video und heute wird endlich die 10 euro paysafe card ausgelost ich werde den gewinner preis geben und ja erst mal ein riesiges dankeschön dass ihr so fleißig teilgenommen habt wir sind jetzt schon über 700 leute auf meinem kanal dafür ein richtig fettes dankeschön also ihr seid wirklich die besten danke dass ihr mich so gut supportet dann würde ich sagen beginnen wir eigentlich gleich mal mit der auslosung des gewinnspiels ich habe eine 10 euro paysafe card verlost und ja also dann sind wir jetzt beim video wo ich die 10 euro paysafe card verlose und dann ja da sehen wir schon die statistik sehr sehr gut sehr viel auf und dafür ein riesiges dankeschön und über 200 teilnahmen sozusagen die kommentare sind natürlich nicht ganz genau denn ich habe auch ein paar kommentare geschrieben manche leute haben es doppelt geschrieben die wurden natürlich disqualifiziert und dann würde ich sagen beginnen wir eigentlich gleich mal ich werde mir jetzt die augen verschließen und dann einfach runter scrollen und dann werde ich irgendwo stehen bleiben und das ist dann natürlich der gewinner dem werden wir dann auch eine private youtube nachricht schreiben und ja zuvor möchte ich doch bosinio fifa danken dass er mir das farm mail erstellt hat und dann könnt ihr gerne bei ihm in der beschreibung vorbeischauen seinem channel also er hat auch einen youtube channel da könnt ihr gerne vorbeischauen er macht gute videos dann würde ich sagen starten wir gleich mal mit der auslosung und ich werde mir jetzt die augen verschließen und ja dann würde ich sagen starten wir gleich mal ich hoffe das funktioniert alles so wie ich mir so wie ich mir vorstelle und dann wollte ich einfach mal schon und dann würde ich sagen bleiben wir stehen in 3 2 1 boom und der gewinner ist rodo xl media der hat schon mal was gewonnen bei mir das das weiß ich sogar noch der hat irgendwie mal ein paar coins gewonnen bei mir der wird sich jetzt richtig freuen also rodo xl media hat genau das gemacht was man machen muss er hat das video geliked hat Hashtag PSZ in die kommentare geschrieben und abonnent war er sowieso schon dann würde ich sagen schreiben wir zusammen jetzt schon diese nachricht hier gehen wir einfach auf kanal info gehen dann auf nachricht senden und dann keine ahnung was jetzt schreibt so du hast die 10 euro pay save card gewonnen und ja dann nachher werde ich ihm noch schreiben was er machen muss und auf jeden fall weiß er jetzt schon dass er gewonnen hat und somit ist es auch der Beweis dass ich safe bin und ja dann würde ich eigentlich schon sagen war es auch schon wieder mit dem video ich bedanke mich recht herzlich fürs zusehen ich hoffe dass ihr auf dieses video auch wieder einen Daumen nach oben da lassen könntet für weitere giveaways und so weiter und so fort dann werde ich auch mal ein coins giveaway veranstalten und dann würde ich sagen war es auch schon wieder mit dem video danke nochmal an viele teilnahmen und danke dass wir jetzt schon so viele sind dass wir über 700 leute sind das ist einfach richtig nice ist ein gutes gefühl und ja dann würde ich sagen war es das mit dem video und ich sage wie immer tschau leute die vollstars die voll die 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.